ja es ist gleich alle das ist super das ganze mit dem dreier drehen wir brauchen mit den vierer ja bleiben das ding sollte eigentlich inzwischen auch eingeschmolzen sein das läuft alles nicht ganz so reibungslos wie ich es gerne hätte aber sei es drum nur verschnapp ich mir das alles einfach gleich aus der kiste und dann ist gut wir brauchen ja eigentlich nur 50 stück oder was für das da aber da haben wir schon ein bisschen vorrächtig das okay dann können wir gleich ein bisschen aufräumen gehen mal gucken wie gut das geht also letzten staffel war die kombi laser shotgun der absolute hammer dagegen nichts drüber die ressourcen waren damals schon nervig zu bekommen aber hat sich definitiv gelohnt so mitnehmen 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 die roboter streiken wohl aber ist ihr gutes recht es sind 900 die dürfen ruhig mal streiken da sage ich nichts gegen das heißt wir flitzen hierhin überprüfen jetzt noch was mit dem blei passiert ist vielleicht auch vergessen die kisten richtig einzustellen was ich aber eigentlich bezweifle weil da ist blei oh wir haben kein gold okay gold warum habe ich gerade gold nicht mit reingenommen sehr komisch zu rein macht gold sehr schön goldplatten das ist blei okay gib mir tatatata irgendwann nach ganz vielen sich tausend zwischen schritten ein vierer fünfer drill bräuchte blaue chips die anscheinend auch gerade nicht angeliefert werden das sollte mich um das kupfer problem kümmern research letzte kiste so bitte baum kann ich nur drei von so rechnung drei goldplatten habe und danach drei davon zeigt mir das kupfer warum haben wir ein kupfer problem sie kein kupfer problem besser schmelzöfen mk2 jetzt arbeiten noch mal ein ticken schneller irgendwie glaube ich nicht so ganz dass es daran liegt wir haben 1100 topaz schnitzel zeug sehr kröre aus das ganze sobald der nächste meinte mining drill da ist passt das schon irgendwie bei das hier alles das läuft reibungslos noch jemand passt bieten rhein damit es mir schon mehr wird und auf beiden seiten gleichzeitig voll ist ein ecken theoretisch der stelle fließbänder aber das zu optimieren habe ich nicht so wirklich nervt drauf ehrlich gesagt sollte eigentlich reichen sehr komisch taucht nicht auf wird nicht mehr sie keine einzige körperplatte sieht tierisch viel holz tierisch viel eisen aber kein kupfer komisch 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 sehr komisch kann man quetsch das mal da hinten mit rein sei es drum munition ist theoretisch fertig ach so das ist die falsche munition wir haben jetzt bisher die ganze zeit normale laser munition gemacht was schon nervig genug war jetzt müssen wir aus der laser munition noch shotgun laser munition machen in noch einem schritt also ich glaube ein so ganzen block können wir demnächst abstellen nur für die munitionsherstellung von dem ding welche basis würde ich den ganz gerne zerstören die da finde ich eigentlich ganz nett weil wir durchgeht angegriffen werden weil sie halt wirklich nah dran ist die da ist riesig die werde ich nicht mit einem magazin oder zwei magazin geknackt bekommen was für ein guter härtetest weil das sind echt verdammt viele das heißt geht es runter setzt die ganzen schönen topastürme hier gerade halten die flas wo zum teufel willst du hin habe ich irgendwo ein loch gelassen wo du rein willst sehr komisch ist jetzt die ganze topastürme hier hin und dann passt das hoffentlich so zu kuckoo zwar zwei magazine dafür der ganze aufwand also plan ich lauf rein schieß borne zu klumpen lauf wieder raus also nichts wirklich neues ist schick kann man nichts gegen sagen da kommt der erste könig alter schwede ok munitions alle lauf wo ist oben wo ist oben da ist oben schieß mir das zeug von der nase weg ok oh spucker ja das waren jetzt zwei sehr sehr teure magazine dafür habe ich aber auch keine ahnung sechs spawner weggeschossen oder so ist ordentlich der schaden ist super man kann damit nicht wirklich schnell könige knacken aber das wäre auch ein bisschen zu übertrieben aber das borne kann ich damit wegputzen wenigstens und die kiste ist fertig schön räume ich hier bitte mal auf alles verarbeiten so rein zu das heißt ich habe jetzt jederzeit die möglichkeit in einem etwas langwierigen prozess eine munition herzustellen damit jede basis zu knacken aber wirklich jede basis zu knacken solange ich ein bisschen vorsichtiger bin ich hätte ja auch die slowdown kapsel nutzen können ich hätte gift schmeißen können was auch immer ich kann jede basis knacken kommen so jetzt jederzeit an die älter an das heißt ich kann forschen worauf ich lust und laune habe wir müssen noch ein paar älter fakte über haben irgendwo die können wir dann auch gleich mal verforschen wo ist meine kistensammlung oder auch nicht habe ich die genau passend verwurschtelt das wäre komisch definitiv irgendwann mal auseinanderfrieden das ganze zeug ja erstmal hätte ich jetzt ganz gerne eine extra large passiv provider chest ja und in diese extra large passiv provider chest kommt all mein eisen rein und die stelle ich hier hin wo bist du du bist groß und pixelig okay nur diese pixelige kiste genau kommen die beiden hin und du hättest gerne einfach nur 100 eisen 200 das heißt alles eisen was jetzt im system über ist in Anführungszeichen wird jetzt dahin gebracht und wird von da aus in die kiste gelegt das heißt das ist meine übersichtskiste für eisen eigentlich brauchen wir keine übersichtskisten weil wir haben ja unten diese anzeige damit 37.000 aber ich habe es halt gerne alles in einer kiste und die kiste will ich voll haben und genau so eine kiste bauen wir jetzt nochmal und die machen wir voll mit kupfer was ein problem ist weil wir haben keinen kupfer das heißt wir werden daran arbeiten genug zu produzieren dass unsere kosten gedeckt sind was schon mal ganz schön viel ist weil wir ziemlich viele grüne chips rote chips blaue chips was weiß ich herstellen und dann noch extra haben um die kiste zu füllen das heißt ich brauche jetzt erstmal ardeid das ist ungewöhnlich ich habe keine ardeid mehr ok kommt mit auf die liste von dingen die noch zu tun ist wir brauchen neues ardeid und blei und komisches rubberzeug highly advanced frame kann ich schon mal vorbereiten da go 10 lila chips ja also das ist so der plan für die nächsten folgen für mich ressourcensicherheit schaffen und hier alles einlagern und das wird hand in hand gehen mit dem mining drill 5 dem zweiten mit den außenposten mit mehr verteidigungstürmen und so weiter forschung wir könnten jetzt weiter forschen aber ehrlich gesagt würde ich eigentlich ganz gerne erstmal eine pause machen um die ressourcenlage zu stabilisieren und ich wüsste jetzt ad hoc nicht was ich so unbedingt haben wollen würde außer die da die würde ich echt gerne haben hat aber wieder so ein dreifach ding drin das ist garstig ich guck mal ganz kurz wie unsere tränke aussehen 200 400 das wären schon fast genug hier sind noch mal 200 600 hätten wir auf jeden fall schon mal vorrätig und du bräuchtest 750 ist ok ja das wäre ok das wäre eine sache die ich ganz gerne hätte die dinge sollte ich eigentlich auch weiter ausbauen erinnerte fakte ja dass wir keine erinnerte fakte haben irritiert mich gerade ein bisschen ich kann ja mal schmeißen wir das raus gib mir die da und schmeiß mal zink raus und gib mir die da und dann gucken wir mal was da so angeflogen kommt weil sechs erinnerte fakte ist bisher ein bisschen wenig aber ich kann ja schon mal vorbereiten für den nächsten trip für den nächsten trip also nochmal so ein zweier dreier pack laser shotgun batterien herstellen wenn die basis zu ende aufräumen dann haben wir erst mal wieder genug erinnerte fakte tin war das so genau tin plate da tin plate da vier laser batteries und gold und raw sapphire und artite ja ich hätte gerne einen stack von allem davon nochmal jup wo habe ich chunks dabei chunks können ruhig hier bleiben ich brauche einen crush kann auch hier irgendwo bleiben ja ich brauche nur raw für die laser batterien und ich brauche sie raw troopers für die türme richtig ja also auch schön fleißig weiter die bauen zwischendurch für die außenposten und so ne guti die brauchte ich nicht hat sich das jetzt ein bisschen gelegt mit dem kupfer wenigstens nö ach komm schon warum machst du mir das so schwer ja smart item exit viermal nicht genug stahl nicht genug stahl oh mist die hätte ich ausgeknipst sieht das ne habe ich gar nicht aber in der laufhochtouren sind aber nur einer und haben komischerweise nicht alle module drin ja ja also wir haben jetzt anscheinend genug eisen das heißt ich kann die jetzt auch wieder anmachen oder überhaupt zum ersten mal anmachen so wobei ja eigentlich das falsche zeug anliefert die liefert eisenerz an und nicht eisenplatten eigentlich müssten die hier auch alle stahl herstellen was macht unsere kiste ist noch nicht voll weitem nicht voll aber wir haben 39.000 eisen irgendwo Frage ist nur wo also ja hier ist ein bisschen was aber 39.000 ist irgendwo ein denkfehler drin sobald irgendwo eisen ist was nicht gebraucht wird sofort wird es in diese kiste geliefert die niemals leer wird vielleicht sollte ich warum kann ich da nicht ich stelle das mal ein bisschen höher ein auf 1000 rechts links damit dann mehr Roboter angeflogen kommen was empfüllt sich das ding nicht wirklich komisch aber gut behalte ich in den nächsten folgen im auge wobei